jo leute und willkommen wieder zurück zu der challenge nach der kurzen pause mit flash oh mit centos nachdem wir jetzt mal schön geschnapselt haben also was gefriest den harbin vor allem nach der kurzen pause wie jetzt ungefähr 15 minuten ja kommt denn da ja essen brote schmieren das dauert dann noch alles in schlund reinschmeißen das wenn noch mal ein nebenbei ja was schon was nicht passt wird passend gemacht wenn es einem nicht passt dann hat er pech gehabt nein jetzt ist es ist mir sagt das geld einfach runtergefallen menschen das kann doch nie wahr sein du meinst du halt die Kohleböcke hätten länger du meinst 82 mit ein Kohlebock oder lieber 80 80 mit ein Kohlebock normalerweise brauchst du wie viel 8 Kohle für 64 Stück ja sagst du zumindest Sparks hier Sparks Dinge hier hat du noch nicht wusstest hier fünf dinge um die 80 ja das ist ja nicht schlecht da hast du dir fast eine Kohle gespart ja da macht ein Kohle 10 also wenn du normal acht brauchst macht aber jetzt statt 88 macht jetzt für genau ein Kohle ja ja ein Kohle gespart geil 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 ist es nicht hier und benehmt und benehmt euch ja ja vielleicht schauen was mit pinkeln gemacht wir müssen ich muss pipi was soll damit gemacht den spruch nicht verwendet ja 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 so gab's langsam gehe ich wieder heimwärts hier kann ich mach das noch aus kümel schnauze voll die scheiß puff als problem ja was denn kannst du wie sie das kille die ich muss mir so ein bisschen platz machen und ob sie den platz machen was nicht halt oder auf jeden fall muss ich das jetzt noch nicht bauen dass er keine chance da rauszukommen also richtig schwer hat ich habe rauszukommen so nicht mehr so was man auf die fresse haben kann dass er stirbt die auf der fresse dann weiß er da macht er so eine explosion mit seinen wizard ding an du kannst ja sowieso immer noch ein schwert besiegen weil er dann noch mehr fliegt sondern runterkommt und dann versuchen darauf zu kommen das wird ja ja aber er musste versuchen so meine das ziemlich lange dauern bisschen bisschen dauert das schon bisschen ja hier noch gucken ob hier was los ist aber scheint auch nicht ich habe mir doch eben jemand mitgenommen keine ahnung ich hab mir doch mal wieder ein paar anstelle ja ja schade nope doch nope nein aber ich habe auch noch mal 25 lvl scheiße ist doch Mist ja wow Nein. 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 Warum nicht? Warum nicht? Ach, laber nicht. Laber, du vermisst. Laber, du vermisst. Nee du. Nipp, 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 nipp... Doch, nipp, doch, doch, doch... Doch, doch, doch. ob ich noch irgendwas im zweiten haum habe ich auch schon lange nicht mehr mal lucky lucky machen hier okay okay jetzt bam sofort holz eine eimer und erde ja ja aber nicht meine hauskuh das warst du centus maximus römischer kaiser oder so nicht okay nicht dann bist du es halt nicht nein bin ich auch nicht ich bin sofort zum muten naja ich bin ehrlich und ein gena du bist so bescheuert keinen dena sondern ein gena der neue let's player gena und brauchst noch weil sie ins deck ja und drin das ist kacke hier musst du ja haben kommen kacke so jetzt habe ich auch wieder keinen futti mutti hier ah da habe ich hier noch futti mutti das ist noch eisen so eisen einen baronen pilz den kann ich mitnehmen kommen die nämlich auch noch mit die so warte wo muss ich lang was los quipa centros voll was im hals klar Aha, voll was im Hals, mh, ist klar. Ich leide nochmal jetzt, klar. Ich hab auch keinen Bock zum muten, bin ich zu faul für. Wo oben soll ich das machen? Vor allem bist du ganz schön leise. Ja, egal. Dann liegt es aber nicht. Dann liegt es nicht an mir. Doch. Ne, ich schrei schon wie ein Irrer. Doch. Du bist hiesig. Hä? Doch. Man hofft, wenn man Halsow sieht, ist das widerlich. Ja, hat den, ich muss das ja hin. Ist das ein Muten? Ne, ist es widerlich. Ne, 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 ne. Ficker. 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 Toll, hallo, diese Backe ich jetzt. Ich kriege noch das jetzt. Ich war noch auf sie, ne? Ja, ich war auch. Oh, was? Was treffen? Obsidiaaaaaa. Ne, aber ein bisschen Obsidien-Farm. Reicht zu wenig. Nun waren ja schon anderthalbstecks. So. Oder sogar mehr als anderthalbstecks. Oh, guck mal, da sind Diamanten, cool. Sehr geil. Da sind die ollen Nougats. Da sind die Nougats. Heizgelet. Das Kohle. Ja, sag ich mal selber. Ja, sag ich mal selber. Du bist jung, ey. Hm? Du bist hooooh. Hm. So. Du auch. Wenn wir nichts anderes zu tun haben, gehen wir erstmal in die Backe-Switch-Farm. Drei Minuten lang. Jetzt hörst du, du weißt, wie das Klicken nicht, weil ich in Irrer klicke. Doch, höre ich. Ernsthaft? Ja. Ernsthaft. Aber nur, wenn ich spreche, oder? Ja, sonst nicht. Gut, jetzt hörst du es, wenn ich die ganze Zeit spreche, aber sonst nicht. Warte. Das habe ich nicht gehört. Jetzt höre ich nichts. Ja, aber nur, wenn ich spreche. Kann sein, ja. Vor allem kann sein. Ist normal. Jetzt habe ich es aufgehört, oder du nicht gelabert hast. Ja, ich kann nur ganz langsam drücken. Du übertreibst wahrscheinlich ganz schön, deswegen. Ui. Ja. Hattest du schon mal mit dem Ticker probiert. 200 Klicks pro Minute. Oder die Chaos-Crofter mit den Eiern. Mit dem Klickwort. Alle weg. Hattest du schon mal mit dem Ticker probiert. Ja. 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 Ich kann nicht mal wieder ververgarnieren. 26 Kartoffeln. Nein, kann man nicht. Lava. Gut, dass ich hier Wasser eingetan habe eben. Hör bei Lava. Laberst. du auch mit der elf level wenn ich keine kohle hätte wenn ich so viel kohle hätte habe ich das ganze dach machen ep farben damit einfach kartoffeln brennen das schieß wort man der war was zu essen der junge der hungert hier was für eine bachzeit neidisch siehst du das weiß ich nicht die luft brennt du bist nicht gut du kannst machen dass die luft stinkt ja das kann ich auch und zwar mit enormer kraft mit enormer kraft mit allem was dazugehört love 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 them love 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 all er ja ich sache Nicht? Okay, dann nicht. Was willst du, wenn du nach vorne gehst und denkst, gehst du voll in die Lava rein grad? Ja, wir können noch ein bisschen hier rumstehen, bis der ganze Knochen weg ist. Jo. Das dauert noch, meine Herrschaften hier. Jetzt geht's richtig los, richtig spannend in der Aufnahme. Jedes los eine Niete. Hier haben sie nur Nieten. Meine größte Niete bist du. Nein. Doch. Oh, schon wieder so viele Kartoffeln. 25 jetzt gewinnen hab ich schon wieder. Yeah. Ich hab gleich 36 Kartoffeln. Und fertig. Yeah. 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 Ach, ich wär fast verreckt. Mein Gott, ey. Die ganze Weile kommt keine Lava mehr und dann kommt wieder Lava und dann ein Obsidian. Ich hab fast verreckt. Ja, mach mal. Wie, mach mal? Mach mal. Verreck doch mal. Ne, möchte ich aber nicht. Du bist noch nicht. Du bist noch nicht auf genügend verreckt. Also, ich will in-game nur verrecken, aber nicht real life. Ich mach ja in-game. In-game bist du noch nicht auf genügend verreckt. Nein. 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 Ich werde nicht mal zu Anfang einen Counter gleich mit einbauen sein. Nein. Doch. Ja, und? Wär hier noch öfters gestorben. Ja, ja, ja. Ist halt so. Sag ja, nur 30 Mal oder so, ne? 29 Mal. Sag ja, 30 Mal oder so. Oh, 29 Mal oder so sind ja auch gut. Oh, fast zwei Level geschafft. Yay. Die Kartoffeln, ne? Immerhin. Können wir ein bisschen machen, bis ich keine Kohle mehr hab. Kohle, Kohle. Oh, Knochenmähl ist auch nicht mehr lange da. Kohle, Kohle. Die Kohle, Kohle. Klingt nach Fisch. Nach Centos. Ne. Ich will ja da keine Kohle mehr. Jetzt geht's richtig ab. Noch paar Minuten einfach an der Bugswitz-Schwarm, bis kein Knochenmähl drin ist. Das ist richtig spannend. Yay. Die nächste extra spannende Folge. Das ist momentan alles spannend, was die hier machen. Ja.